Universitätsmedizin in Greifswald ist eine der größten medizinischen Einrichtungen im Land Mecklenburg-Vorpommern, ist auch einer der modernsten in diesem Lande. Wir bieten hier medizinische Leistungen in 21 Universitätskliniken. Eine Reihe von zertifizierten medizinischen Zentren, insbesondere für die Behandlung besonderer Krankheitsbilder. Dazu gehören onkologische Zentren, Hauttumorzentrum, Brustzentrum. Dort warten auf Sie sehr gut ausgebildete Ärzte, die in einem interdisziplinären Ansatz über ihre Erkrankung und die notwendige Therapie befinden. Herzlich willkommen in der Frauenklinik im Brustzentrum der Universitätsmedizin Greifswald. Wir sind ein Teilberecht der Universitätsfrauenklinik. Wir behandeln hauptsächlich Frauen mit Brustkrebs. Manche Patienten oder Frauen tasten ja selber in der Brust einen Knoten und machen sich Sorgen und wollen dann auch wissen, was dahinter steckt. Der Vorteil ist, dass die Frauen auf kurzen Wegen bei uns behandelt werden können, sodass die Patientin wirklich im Gesamtpaket behandelt wird. Nicht nur die Erkrankung, sondern eben auch die Patientin. Die Patientin geht also nach Hause und hat einen festen Fahrplan in der Hand, wie es denn weitergeht. Mein Name ist Beate Last und im Jahr 2010 bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Ich habe im Herbst 2010 meine Diagnose Brustkrebs bekommen. Diese Diagnose war für mich schon ein sehr großer Schreck, ein Schock und ich habe also sehr viel Mühe gehabt und mir Fragen gestellt, warum gerade ich? Die Chemotherapie, gerade in der Tagesklinik, das war für mich so ein geschützter Raum, wo man sich so aufgehoben gefühlt hat. Und ich fand mich aber auch sehr gut aufgeklärt und einfach diese Chance wollte ich dann einfach zum Gesundwerden über diese Chemotherapie wollte ich dann einfach auch nutzen. Ich fand mich dort unheimlich liebevoll, ringsherum behütet. Heute ist es so, ich kann wieder Fahrrad fahren, ich gehe meiner Gartenarbeit nach. Ich kann mich daran erfreuen, sodass einfach auch mein seelisches Gleichgewicht doch wieder hergestellt ist. Dass man schon zu seinen alltäglichen Arbeiten zurückfindet und auch wieder Spaß daran hat. Ich habe einfach gelernt, mein Leben anders zu leben und an vielen Stellen es einfach zu genießen. Mir war wichtig, dass ich auch während der Therapie meinen Sport betreiben konnte. Das habe ich hier auch wiederfinden können in der Sportgruppe, die hier am Klinikum gebildet wurde oder auch die Linedance-Tanzgruppe. Und ja, man hat sich immer wieder mit Frauen getroffen, die selber betroffen sind und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Man ist wirklich in so einem geschützten Raum und wenn man sich unterhält, weiß man, worüber man spricht und das Verständnis ist eben sehr groß. Ich habe jetzt auch den Zugang zu Yoga gefunden und auch zur Meditation. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ich tue was für mich. Ich kann meine Selbstheilung aktivieren. Rückblickend kann ich nur sagen, dass ich im Brustzentrum fachlich kompetente, verständnisvolle Begleiter gefunden habe, die mich auf meinem Weg unterstützt haben und ich kann nur jeder Frau empfehlen und ermutige sie hiermit auch den Weg ins Brustzentrum zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.